Und jetzt braucht es einen Nachschlag zu Fakten statt Fake News. Und zwar auch mit einer umfangreichen Medienkritik und Einordnung. Es ging über alle Ticker dieser Welt. Israel hat ein Krankenhaus in Gaza bombardiert. Mindestens 500 Tote. Vermutlich eher 700. Überall eskaliert es. Kindermörder Israel. Standunterbeitring oder Scheißjuden. Und der übliche antisemitische Schmutz. Quelle für diese Meldung war keine unabhängige Stelle oder neutraler Beobachter. Es war auch nichts, was richtig verifiziert wurde. Die Quelle dieser Aussage war allein die Terrorgruppe Hamas. Die Hamas leitet das Gesundheitsministerium in Gaza. Denn die Hamas ist die offizielle Regierung in diesem Teil von Palästina. War das für Medien wie CNN, die Deutsche Welle oder die ARD ein Grund abzuwarten? Oder auf etwas Seriöses zu warten? Nee. So eine Meldung bringt Klicks und Klicks bringen Reichweite oder Geld. Je nachdem. Öffentlich-rechtlich, Reichweite, privatwirtschaftlich, Geld und Reichweite. Dass man als Journalist eine seriöse Quelle zwingend benötigt, idealerweise zwei. Dass man Reichweitenverantwortung hat und vielleicht gar einen Flächenbrand auslösen kann. Das war jedem in den jeweiligen Redaktionen klar. Aber entweder schob die Eitelkeit oder die Geldgier. Jeden klaren Gedanken beiseite. Ich selbst war zu dem Zeitpunkt gerade live gegangen auf Twitch und wollte eigentlich auf Videos zu Israel und Palästina reagieren. Jedoch war die Story um das Krankenhaus zu wichtig. Und so konnte ich mit 1300 Zuschauern live recherchieren. Und eins wurde schnell klar. Es war mehr als unwahrscheinlich, dass Israel dafür verantwortlich war. Allein das hätte die Redaktion dazu bringen müssen, abzuwarten. Diese Einschätzung basiert nicht nur auf dem Videomaterial, das über den Livestream von Al Jazeera vorlag. Sondern auch auf dem Wissen, dass die Israelis sehr genaue Waffen besitzen. Die üblicherweise metergenau treffen. Und das Krankenhaus als gesperrtes Ziel in allen Karten vorlag. So ist das international geregelt. Die Bombardierung eines laufenden, also im Betrieb befindlichen Krankenhauses ist international ein Kriegsverbrechen. Nach der Sichtung der ersten Videos sprachen folgende Punkte gegen Israel als Täter. 1. Israel schießt nicht nur einmal auf Gebäude, sondern zerstört diese mit drei oder vier Geschossen. 2. Israel bombardiert mit Luftbodenraketen und nicht mit Bodenraketen, wie im Video zu sehen. 3. Israels Bomben sind um einiges stärker als das, was man auf den Aufnahmen sehen konnte. Viertens. Das Krankenhaus war nicht zerstört. Fünftens. Die Quelle der Meldung war unseriös. Und sechstens. Israel bestritt jede Beteiligung. Dies waren Punkte, die schon gegen 21 Uhr am Dienstagabend klar waren. Hielten aber weltweit Journalisten nicht davon ab, Israel zu verurteilen, entgegen jeder journalistischen Sorgfaltspflicht. Der Hamas-nahe TV-Sender Al Jazeera in Katar feuerte aus allen Rohren und Sender in der Türkei und diverse arabische Länder beschuldigten Israel eines Massakers und Kriegsverbrechens. Sogar der für eigene Kriegsverbrechen bekannte türkische Despot Recep Tayyip Erdogan meldete sich zu Wort und griff Israel mit scharfen Worten an. Eine Heuchelei sondersgleichen. Parallel zu diesem Konflikt gerade in Gaza bombardiert Erdogan, kurdische Zivilisten in Nordostsyrien, in Rojava. Was man zu diesem Zeitpunkt noch nicht wusste. Die Hamas war schon zum Zeitpunkt ihrer Pressemitteilung im Klaren darüber, dass Israel nicht verantwortlich war und das Krankenhaus nicht getroffen wurde. Auch die Zahl der Toten war frei erfunden. Heute wissen wir, dass vermutlich nicht mehr als 50, eher 10 bis 30 Personen zu Schaden kamen. Die Hamas zeigt einmal mehr, dass sie genau weiß, wie man weltweit Israel-Hasser hinter sich vereinigen kann. Mag die Meldung noch so absurd und schwachsinnig sein. Und die Meldung zum Krankenhaus war mehr als absurd. Wir müssen heute davon ausgehen, dass für einige Journalisten in den Redaktionen in Deutschland der Wunsch Vater des Gedanken war oder um es klar auszusprechen. Der innere Antisemitismus führte die Feder beim Verfassen ihrer Eilmeldungen. Ich blende mal ein paar Schlagzeilen ein. Die Redaktionen dieser Medien müssen sich heute fragen, wie viel Antisemitismus befindet sich in unseren Reihen. Warum missbrauchen Redaktionsmitglieder ihre Macht, um die Welt in Brand zu stecken? Stellt man sich diese Frage nicht, sollte man in Zukunft schweigen, wenn es Gedenktage wie den 9. November, die Reichspokromnacht, oder den 27. Januar, Befreiung des KZs Auschwitz gibt. Wer die lebenden Juden nicht respektiert, sollte bei den toten Juden erst recht schweigen. Oder spüren wir es weiter? Für manche in diesen Redaktionen, und ich sage es deutlich, scheint der Grundsatz zu gelten, ein toter Jude ist ein guter Jude. Schämt euch! Nicht nur diverse Medienhäuser freuten sich über die Hamas-Meldung. Auch die üblichen Fake-News-Influencer, selbsternannte Journalisten oder Israel-Hasser, sahen ihre Chance gekommen, um Reichweite auf Kosten der Palästinenser zu machen. Der Hetzer Fuad Musa aus Berlin faselte auf Instagram etwas von Menschenmassen, die sich auf den Weg zur Grenze von Israel machen und dass im Amman Bürgerkriegs ähnliche Zustände herrschen würden. Dies schrieb er gegen Mitternacht, als den meisten schon klar war, dass die Story nicht stimmte. Der selbsternannte Journalist Tariq Bayh, ausgebildet im SEFA-Institut, einer Kaderschmiede der islamofaschistischen Partei AKP, kämpfte sogar gegen die noch immer mehr zum Vorschein kommenden Beweise an und behauptete, dass der Sender Al Jazeera, also der Hamas-nahe Sender, kontrolliert durch die Regierung von Katar, die die Hamas finanziert, im Übrigen auch den IS damals, jetzt Beweise gegen Israel hätte. Eine schlicht schwachsinnige, unsinnige, fantasierte Aussage. Auf Instagram schrieb er verzweifelt, Videobeweis, es war keine fehlgeleitete Rakete, es war eine israelische Bombardierung. Dreister kann man mit seinen Followern nicht umgehen, um es auch nochmal deutlich zu sagen. Zum Zeitpunkt der diversen Fake-News-Postings des selbsternannten Journalisten Tariq Bayh war sogar dem Deutschlandfunk klar, dass etwas nicht stimmt. Sie waren eine Stunde zuvor zurückgerudert und vermeldeten, dass es andere Informationen gäbe und man Israel nicht beschuldigen könne. Wohlwissend, dass Israel nicht mit der Rakete auf das Krankenhaus zu tun hat, feuerte Bayh aus allen Rohren. Waren Bilder in der arabischen Welt zu süß oder der Hass auf Israel zu groß? Zumindest eines hat dieser Abend gezeigt. Menschen, die einen Tariq Bayh als seriöse Quelle nehmen, haben kein Interesse an der Wahrheit, sondern lieben nur die Selbstbestätigung ihres eigenen Hasses. Und das ähnliche Bild zeichnet sich auch bei einem ganz klassischen Vertreter der Israel-Feindlichkeit. Jürgen Totenhöfer. Oder wie ich ihn manchmal nenne, Abu Jürgen Al-Almani. Oder wie ihn auch mal ein ISIS-Terrorist genannt hat, der zu ihm aufsah, der große Jürgen. Und er erklärte, dass er wegen ihm sich an den IS angeschlossen hat. Der große Jürgen von Deutschland. Er sagt, das ist ein islamischer Staat. Er sagt das in seinen Videos. Mit Jürgen ist Jürgen Totenhöfer gemeint. Nun ja, nun ja. Die üblichen Verdächtigen des Hasses. Am nächsten Tag war dann Tag der Abrechnung. Auch für die letzten Ungläubigen. Denn aus Gaza lagen Fotos und Videos vor. Das Krankenhaus erfreut sich bester Gesundheit. Der Parkplatz hatte eine Delle und diverse Autos hatten Feuer gefangen. Der Einschlagkrater entsprach dem einer mittleren Kanate. Denn es war keine israelische Bombe, sondern eine kaputte Rakete der Terrorgruppe Islamischer Dschihad oder der Hamas. Im Kampf gegen die Juden sind beide ehvereinend. Für viele Medien begann der langsame Walk of Shame. Für die einen schneller, für die besonders antisemitisch angehauchte Tagesschau später. Auch die eilig von der Hamas einberufene Pressekonferenz am Krankenhaus mit verwirrten Ärzten, würde ich mal sagen, die das vortrugen, was die Hamas ihnen vorgab, mit einer abstoßenden Deko, konnte da nicht mehr helfen. Ich würde sehr gerne Fotos dieser Dekoration zeigen, aber dies wäre ein Verstoß gegen die YouTube-Richtlinien. Zumindest einzigartig dürfte sein, dass man als Deko Leichen nimmt. Leichen, die man aus dem gesamten Umkreis offensichtlich herangeschafft hat, um diese dann neben den Ärzten zu platzieren. Wie in einer Fleischhalle. Wie bei einem Metzger. Frankenstein hätte es nicht schlimmer machen können. Leichenschändung war für die Hamas, das wissen wir, noch nie ein Problem. Ja, so viel zu meiner Meinung, zu meinem journalistischen Kommentar. Das musste mal sein. Schaut euch gerne mein Video zu den Fakten an. Das habe ich vorher veröffentlicht. Es ist sehr, sehr klar bewiesen, dass Israel nichts mit diesem Angriff auf das Krankenhaus zu tun hat. Bleibt kritisch, glaubt nicht den Rattenfänger, lasst euch nicht aufhetzen, auch nicht von irgendwelchen TikTok-Influencern und anderen Spinnern. Einfach kritisch bleiben. In dem Sinne, bis dann, Kanal abonnieren, Glocke aktivieren, Like dalassen.